mein lady hier unten war sie mich ja auch noch ein weg dann aktiviere ich eben das feuer und guck mal wo mich das dann hinbringt vielleicht in den nächsten tod oder so ich weiß es ja nicht ja ich will nur aktivieren kurz was ist mit dir los wenn ich möchte am besten abstechen aber das bringt mir vielleicht gar nichts außer probleme was wir hier also ich dachte wenn eine treppe oder so aber nein ist nicht warum höre ich jetzt nicht hier irgendwo ne so hier kann ich hochgehen zu krähe und das hier gucken was man dazu sagt ja komm doch ich weiß nicht was der da macht aber keine ahnung was das auch für ein symbol war bleibt liegen alles klar würde gerne eine bessere waffe haben wow nochmal wow flügel schwer was bist du denn jetzt schon wieder nein du sollst den da anpeilen der ist aber schwach das nicht das ist das das ja am besten kommt ihr alle natürlich natürlich ich hoffe es mir nicht Nein, Hilfe! Nein! So, jetzt heißt es wir beide. Komm her! Wenigstens hilft mein Schwert noch ein bisschen dagegen. Äh, mein Schild. Am Arsch! Fall um! Fall um! Ja, es geht so schleppend voran. Ja, ja. Ja, du kannst ja... Oh mein Gott! Ist das dein scheiß Ernst? Wow! Wow! Blutverlust! Das ist also Blutverlust. Ah ja. Ah ja. Okay, kann ich nicht benutzen. Ah, nicht! Oh Mann! Oh Mann! Hier ist auch wieder schwer durchzukommen. Oh Mann! 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 So, du sagst auf Wiedersehen. Oh Mann! Nö! Ja, klar. Oh, ich ziehe ich da unten jetzt mal schön. Oh. Nein, nicht gut. Gut, hätte er mal treffen können. Und wo kamen die anderen beiden denn jetzt her? Ah, oh. Ich leck mich doch fett am Arsch. Lass mich den ja auch schnell in den Schluck. Mann! Ja, mein Blutverlust. Super, toll, danke. Hat mir geholfen. Sehr freundlich. Piss dich. Was mache ich nun? Ach, wisst ihr was? Ich hab da mal so eine Idee. Und zwar... Ach. Hä? Ausfüllung. Wie? Ich hab keine Menschlichkeit. Hä? Ich hab doch Menschlichkeit. Da. Ja, genau. Und... Menschliche Gestalt, Alter. Ganz schön. Raussteigen kann ich ja nicht. Ich bin ja gestorben und hab ja nichts mehr. Boah, ich bin echt fett. Naja. Wie ich den Weg eben... Ich bin jetzt wahnsinnig. Ich hab Lust auf den schwarzen Ritter. Ist das alles? Ha! Zu dir komm ich jetzt hoch. Guck mal deine scheiße Fackeln rein hier. Wow! Und du auch noch. Und zack. So, was mir Kollege Barfu ist. Ja. So plus minus hat das jetzt nicht schlecht geklappt. Finde ich. Ja. 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 Ich hab die Schnauze voll. Erstmal. Wie? Keine Menschlichkeit. Ich hab doch Menschlichkeit. Äh. Und zwar da. Ah. Und? Wie? Immer noch nicht? Muss ich das immer noch hier aus? Yeah. Und? Was passiert jetzt? Boah. Ich wusste gar nicht, dass ich so hässlich bin. Dann hätte ich ja lieber abgehen können. Können wir ja nichts, da wir ja verreckt sind. So ne Scheiße. Ich glaub ich kämpfe jetzt gegen den Schwarzen Blätter. Gucken was mir das bringt. Komm. Oh. Schade. Ich wollte grad sagen, müsste er nicht irgendwas mit... Komm, wir versuchen uns mal para... Ah. Scheiße. Hätte ja fast klappen können. Ja. Wow. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Ja. Grad mit der Aufnahme ist irgendwas passiert. Die ist nämlich abgeschmiert. War aber nicht viel, wie ihr hier sehen könnt. Dann hab ich mich einfach nochmal in den Tod geschmissen. Also, keine Sorge machen. So. Lass mir hier nochmal... Viel Erfolg. Ja, danke. Wer ich hab. Vorsicht hinter. Beides sogar. Werde ich jetzt nicht erwartet. Warn. Komm. Wow. Der hat mich echt fast umgebracht. Was soll das denn? Ich will mir jetzt den schwarzen Ritter holen. Ist klar. He he. Der Wurm. Ah. Der ist ja gut. Immer direkt so angrifflosig hier. Zack. Da hinten könnte ich die Leiter nehmen. Oh. Nö. Baaam. Beide. Hier du kommst. Was soll das denn? Zack. Und wieder weg. Lup. Jetzt mach ich hier die... Vergiss es. Beide weg. Gut, dass der da oben nicht runterschießen kann. Ist mich vielleicht schon am Arsch. Und tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. So, was ist mit dir? Komm. Fast. So. Oh. Oh. Was ist mit dir mit Spur wieder oben? Jetzt habe ich es fast mit allen hier geschafft. Und danach kann ich mich um den schwarzen Ritter holen. Oder was auch immer das sein soll. Planke. Planke. Fliege in die Nähe. Na, war klar. Wo kommst du her? Nein. Macht mal nicht. Ey, cool. Was kann ich jetzt hier machen? Gar nichts. Effektiv. Yeah. Ich weiß zwar nicht, wer die ganze Zeit da so steppt, aber... Schnauze. Ich will jetzt den Sprung auch noch schaffen da hinten. Vielleicht kriege ich ja von denen was Schönes. Nein. Oh Gott. Feuerball. Los. Du wolltest auch was sagen, habe ich gehört. Was denn? Hä? Was denn? Ja, na, 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 na. So, jetzt muss ich hier, glaube ich, irgendwie so stolpern. Ich wollte gerade sagen, war hier nicht jemand. Entschuldigung. Oh, schade. Oh, ein Schiss. Mann, ich will die haben. Ja, klar. Au. Geht beide sterben. Schneller, schneller. Eigentlich müssten wir zwei Stufen auf einmal nehmen können. Ich meine, wir haben doch diese Wahn. So. Ja. Ja, fast. Aber ich glaube, ich habe es jetzt raus. Jetzt muss ich nur noch den ganzen Weg nochmal gehen. Ich hoffe, dafür gibt es eine fette Belohnung dahin. Hoffe ich zumindest. Da muss ich lang. Yeah. Warte mal. Was hat denn der eigentlich zu verkaufen? Au. Still. Ich glaube, ich habe nie gehört. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe nichts in der Art. Nicht schlecht Ich hab zu danken So Yeah Jetzt haben wir aber echt sowas von so einem Ritter Ich kann aber den Jump langsam Und jetzt klappt der nicht und ich sterbe wieder Wie das letzte Mal, da falle ich einfach tot um So Jetzt Der entscheidende Moment Werde ich es schaffen oder nicht Richtige Ecke anpeilen Ja Ich hab's geschafft So, was steht hier Auf Pass auf, rollen Die rollen Geil, ich hab ne leichte Armbruchs gefunden Wie geil Wie, die macht nur 50 Schaden Standardbolzen Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Wo ist es, wo ist es? Wow